jetzt können wir unsere alle sind bereit muss jetzt noch warten die ich bin als Tank markiert oder ja das ist gut keine als Tank markiert doch das solltet ihr euch lieber beeilen äh, ach so meine Luft zu labern ok, Pull kommt in 3 2, 1, go Centakel sind da meine Flammen werden euch keinen Schaden zufügen besser verteilen bitte Gott, warte battle rap nein, nein, nein das nützt nichts bei mir ist die Button verschwunden ja, dann ziehst du halt ein CD Elementium Blitz Chris, stell mal bitte dann auf hütet euch ich nehme an, wenn der Tod ist ja, hat er wohl mitgeglüft wiedergeboten oder nicht ach gut ja, ja re-buffen ich mach Chris Ross, willst du Dingforms nicht machen hier wenn er mit ist oh, jetzt ist die beschissen Button wieder da so, go go reinkommen bitte ist die Wenn Todesschwingen den letzten Kataklysmus hervorruft, wird alles Leben auf Azeroth vernichtet. Schnell, wir müssen ihn unterbrechen! Das war's für heute. 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 Okay. 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 Was nicht ganz zum Schuss aufheben? Ja, ja. Wirklich nah ran, Leute. Waren gelaufen. Lass ihn kommen. So, hier ist jetzt wieder. Stürmer sammelt all seine Kraft um die Welt zu zerteilen. Greifen ihn jetzt an. Wir müssen den letzten Kataklysmus aufhalten. Ruhig tappen. Ruhig tappen. ich bin auf die kleine armelte Tarkin gehen, gebt wieder alles schön, wenn ihr den Lieber habt, einen Traum rein, bitte, ganz wichtig, hier vorne gleich, den hier fokussen, sofort, Tom und Josie, ich nehme den Linken, ja, ich habe jetzt meinen Markier, sorry, mach bitte meinen, ja, komm rein, naja, wir können gerade um Steine laufen, warte noch mal Tiro, wir nehmen nur einen Elfer-Limit, Blutum steht, Womit stopt bei ca. 8% Hinten, Ärmel, die mittlere, äh, Fokus. Nostra Josie Sonnenschein Ich nehme den rechten, äh den, äh, ja den nicht Einfach durchdielen, AT an und Damage raus Nur noch Damage raus, nur noch Damage raus Wir sind zusammenstehen, Viererbund kommt Alles sauber Berser hat einen Punkt Sekunden oder was? Sekunden Das ist mal eine SP Eulen machen doch Schaden Pam pam pam